ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren teil meiner videoreihe in der wir ja die frage beantworten wollen was kann man eigentlich tun wenn der kunde nicht zahlt in diesem video geht es jetzt um das gerichtliche mahnverfahren um die einzelnen schritte dieses verfahrens jetzt nachvollziehen zu können müsst ihr jetzt folgendes wissen was ich euch bereits in den vorherigen videos erklärt habe das erste ist nämlich dass unser unternehmen eine forderung gegenüber einem kunden hat die zahlung muss dann fällig sein und der kunde hat natürlich nicht gezahlt wegen dieser nicht zahlung hat unser unternehmen dann gegebenenfalls den kunden schon mehrfach gemahnt und zur zahlung aufgefordert das ist ja dann der ablauf des sogenannten außergerichtlichen mahnverfahrens den ich euch ausführlich im video teil 3 erklärt habe und in diesem video teil habt ihr dann ja auch gelernt dass dieses mahnverfahren kosten verursacht ich habe euch dort gezeigt dass personal und materialkosten anfallen und sonstige kosten des inkassos und vor allem auch ein zinsverlust dann habt ihr dort nämlich gesehen dass das außergerichtliche mahnverfahren für unser unternehmen als forderndes unternehmen natürlich sehr viele nachteile hat das sind eben diese kosten und da wir ja den sachverhalt der nicht rechtzeitigen zahlung vorliegen haben kann unser unternehmen natürlich gegenüber dem nicht zahlenden unternehmen schadenersatzforderungen gelten machen und das bedeutet dann dass man dem kunden die angefallenen mahnkosten und verzugszinsen in rechnung stellen kann was dann die ursprüngliche forderung erhöht wie gesagt das ist dann ein recht was uns als zahlungsgläubiger zusteht aber zunächst einmal muss unser unternehmen natürlich diese kosten tragen ein weiteres problem was sich aus der nicht rechtzeitigen zahlung des kunden ergibt ist dass uns natürlich das geld des kunden fehlt dies hat dann negative auswirkungen auf die liquidität also die zahlungsfähigkeit unseres unternehmens und ein weiteres problem das sich noch ergibt ist dass die forderung gegenüber dem kunden gegebenenfalls verjähren kann was man hierunter genau versteht erkläre ich euch im nächsten video teil ihr müsst halt nur verstehen dass wir irgendwann gerichtlich unsere forderung gegenüber dem kunden nicht mehr durchsetzen können das nennt man eben verjährung aber im nächsten video tag erklärt euch das alles genauer da werdet ihr nämlich zum beispiel sehen dass man forderung nur drei jahre lang über ein gericht durchsetzen kann danach ist die forderung nämlich dann verjährt bis hierhin habt ihr also erkannt dass durch die nicht rechtzeitige zahlung des kunden für uns verschiedenste probleme entstehen und natürlich möchte man diese probleme umgehen beziehungsweise verringern eine möglichkeit die hier besteht wäre dann zum beispiel dass man forderung an ein inkasso unternehmen übergibt oder an ein factoring unternehmen verkauft wie das genau funktioniert erkläre ich euch auch in einem gesonderten video die beiden möglichkeiten also die übergabe an ein inkasso unternehmen oder der verkauf an ein factoring unternehmen sind jedoch nicht so ganz einfach und vor allem bei der übergabe der forderung an ein inkasso unternehmen ist dies meistens auch nicht sehr erfolgreich das bedeutet dann also dass uns eigentlich nichts anderes übrig bleibt als den kunden zu verklagen oder ein gerichtliches mahnverfahren einzuleiten wie gesagt der kunde hat ja nicht rechtzeitig gezahlt wir bestehen auf unsere forderung und dann können wir ihn nur verklagen oder das gerichtliche mahnverfahren einleiten bei beiden verfahren das werdet ihr gleich sehen ist das amtsgericht zuständig der unterschied zwischen klage und gerichtlichen mahnverfahren ist jetzt dass wir im fall der klage als geldgläubiger den schuldner durch klageantrag beim amts oder landgericht verklagen müssen und dieses verfahren ist nicht nur kompliziert sondern auch sehr aufwendig und deswegen können wir alternativ dazu das sogenannte gerichtliche mahnverfahren nutzen das im gegensatz zur klage vereinfacht und kostengünstiger ist und das schauen wir uns jetzt mal im einzelnen genauer an ein gerichtliches mahnverfahren läuft in mehreren schritten ab der erste schritt ist dass wir als geldgläubiger einen antrag auf erlass eines mahnbescheides schriftlich oder online beim zuständigen amtsgericht stellen es müsst ihr also darauf achten wir sind ja der geldgläubiger wir sind der verkäufer und wir stellen an dem amtsgericht das für unseren wohnen bzw geschäftssitz zuständig ist den antrag auf erlass eines mahnbescheides und ich sage das jetzt noch einmal ganz deutlich weil vielen hier ein fehler unterläuft deswegen achtet darauf den antrag müssen wir an dem für unseren orts bzw geschäftssitz zuständigen amtsgericht stellen warum da viele einen fehler machen werdet ihr gleich im weiteren verlauf noch erkennen man kann also auf der einen seite einen solchen antrag auf erlass eines mahnbescheides schriftlich stellen dazu muss man die entsprechenden formulare nutzen einfacher geht das ganze natürlich heutzutage online hierzu muss man beim zuständigen amtsgericht lediglich die entsprechende digitale maske öffnen und hier bestimmte eintragung vornehmen in dieses digitale formular werden dann zum beispiel wir als geldgläubiger eingetragen und wir sind dann der antragsteller dann der geld schuldner gegenüber dem wir eine forderung haben der wird dann auch antragsgegner genannt und natürlich eine genaue bezeichnung der bestehenden forderung das ausfüllen eines antrags ist eigentlich ganz einfach und man benötigt hier in der regel auch keine juristische hilfe also zum beispiel die hilfe eines anwalts und da weiß ich euch jetzt auch noch mal darauf hin im grunde genommen kann jeder von euch einen solchen antrag auf erlass eines mahnbescheides ausfüllen und an das amtsgericht senden wenn man diesen antrag dann vollständig ausgefüllt hat kann man ihn digital an das zuständige amtsgericht übersenden welches amtsgericht jetzt konkret zuständig ist ergibt sich aus dem bundesland in dem der geldgläubiger seinen wohn und geschäftssitz hat hier sind dann nämlich sogenannte zentralgerichte zuständig welches zentrale amtsgericht das für euch in eurem bundesland ist kann man natürlich ganz einfach über das internet herausfinden wenn man den antrag vollständig ausgefüllt und das amtsgericht übersendet hat prüft das amtsgericht ihn dann auf vollständigkeit und jetzt müsst ihr darauf achten das zuständige amtsgericht prüft also nur ob alle notwendigen angaben in diesen antrag aufgenommen wurden das bedeutet nämlich dass eine prüfung ob die forderung rechtlich tatsächlich gerechtfertigt ist nicht stattfindet das amtsgericht kann ja zu diesem zeitpunkt gar nicht herausfinden ob die forderung die er hier in diesen antrag aufgenommen habt tatsächlich rechtmäßig ist bevor das amtsgericht jetzt aber tätig wird muss der antragsteller also wir als forderndes unternehmen die gebühren für das verfahren zunächst einmal an das amtsgericht bezahlen die höhe dieser gebühr hängt dann vom streitwert ab also von der höhe der bisher angesetzten forderung das ist dann die ursprüngliche forderung und alle bis hierhin angefallenen mahnkosten und je höher der streitwert desto höher dann die gebühren die wir zunächst einmal an das amtsgericht zahlen müssen aufgrund der vorliegenden informationen aus dem antrag erstellt das amtsgericht dann einen mahnbescheid und im nächsten schritt wird dieser mahnbescheid dann dem antragsgegner also unserem geld schuldner per post offiziell zugestellt wenn der antragsgegner also der geld schuldner den mahnbescheid dann erhalten hat wird er in dem mahnbescheid darauf hingewiesen dass er innerhalb von zwei wochen auf den mahnbescheid reagieren sollte und jetzt hat der antragsgegner natürlich verschiedene möglichkeiten wie er auf diesen mahnbescheid reagiert die erste reaktionsalternative ist jetzt dass der schuldner die ursprünglich angefallene forderung sowie die bisher angefallenen kosten des mahnverfahrens die er in dem mahnbescheid ausgewiesen sind innerhalb von zwei wochen zahlt in diesem fall werden also die forderung sowie die bisher angefallenen kosten des mahnverfahrens durch den schuldner beglichen und das verfahren ist damit abgeschlossen der mahnbescheid hat ja seine wirkung gezeigt ihr kennt also geht der mahnbescheid dem geld schuldner zu und zahlt dieser ist das verfahren beendet eine zweite reaktionsmöglichkeit ist dann dass der schuldner innerhalb von zwei wochen widerspruch gegen die rechtmäßigkeit des mahnbescheides einlegt in den vorhergehenden videoteilen habe ich euch ja mehrfach darauf hingewiesen dass es sein kann dass der geld schuldner zu recht die forderung nicht begleicht wenn er dann also einen mahnbescheid in händen hält hat er natürlich auch die möglichkeit widerspruch einzulegen gegen den mahnbescheid weil er ja seiner meinung nach zu recht die forderung nicht begleicht der antragsteller also wir als forderndes unternehmen wird dann vom amtsgericht über den widerspruch des geld schuldners informiert und da wir in der regel mit den gründen für den widerspruch natürlich nicht einverstanden sind sonst hätten wir kein mahnverfahren angestrebt können wir dann entscheiden ob wir unsere forderung durch ein gerichtsverfahren durchsetzen lassen möchten wie jetzt genau das gerichtsverfahren abläuft und an welchem ort die verhandlung stattfinden wird zeige ich euch später im weiteren verlauf dieses videos wenn der geld schuldner also den mahnbescheid erhält kann er entweder innerhalb von zwei wochen auf den mahnbescheid reagieren indem er die forderung zahlt oder er kann widerspruch gegen den mahnbescheid einlegen und wie gesagt dann findet auf antrag des geld gläubigers ein gerichtsverfahren statt und ihr habt das euch sicher schon gedacht der geld schuldner kann ja zb auch innerhalb der zwei wochen auf den mahnbescheid gar nicht reagieren wir als geld gläubiger haben dann sechs monate zeit einen antrag auf vollstreckung eines mahnbescheides zu stellen das bedeutet nämlich wenn der geld schuldner auf den mahnbescheid nicht reagiert können wir den mahnbescheid natürlich vollstrecken lassen hierzu ist es dann aber notwendig dass wir beim amtsgericht den antrag auf vollstreckung des mahnbescheides beantragen oder anders ausgedrückt wir beantragen dann einen sogenannten vollstreckungsbescheid jetzt müsst ihr wieder beachten dass natürlich auch für diese beantragung kosten durch das gericht erhoben werden die wir zunächst einmal zahlen müssen und sicher erkennt ihr jetzt dass dieses gerichtliche mahnverfahren auch nicht so ganz unproblematisch ist denn es verursacht unter umständen noch weitere kosten für uns als forderndes unternehmen so jetzt habt ihr also bis hierhin gesehen dass der mahnbescheid dem kunden zugeht der kunde dann entweder zahlt widerspruch erhebt oder auf den mahnbescheid nicht reagiert diese drei alternativen müsst ihr unbedingt lernen hat der geld schuldner jetzt auf den zugestellten mahnbescheid nicht innerhalb von zwei wochen reagiert können wir jetzt wie gesagt den vollstreckungsbescheid beantragen und das für uns zuständige amtsgericht stellt jetzt den vollstreckungsbescheid beim kunden zu und in diesem vollstreckungsbescheid wird dem kunden dann angedroht dass eine fändung durch einen gerichtsvollzieher stattfinden wird und auch bei diesem vollstreckungsbescheid erhält der geld schuldner jetzt wieder die möglichkeit 14 tage gegen den vollstreckungsbescheid widerspruch einzulegen wenn der geld schuldner diesen vollstreckungsbescheid dann also erhält hat er wieder mehrere möglichkeiten darauf zu reagieren bei der ersten reaktion ist es so wie er das schon kennt der schuldner zahlt die ursprüngliche forderung sowie alle bisher angefallenen kosten des mahnverfahrens innerhalb von zwei wochen und das verfahren ist damit abgeschlossen achtet darauf der geld schuldner muss jetzt also weitere kosten tragen also zum beispiel auch die kosten für den vollstreckungsbescheid da der kunde aber auch im vollstreckungsbescheid darauf hingewiesen wird dass er die möglichkeit hat dagegen einspruch einzulegen kann man also bei der zweiten reaktionsalternative auch damit rechnen dass der schuldner genau dies tut also einspruch gegen die rechtmäßigkeit des vollstreckungsbescheides einlegt wir als antragsteller werden dann über den widerspruch informiert und können dann entscheiden ob wir jetzt in diesem stadium unsere forderung dann doch durch ein gerichtsverfahren durchsetzen lassen wollen und da wir als geldgläubiger natürlich nicht mit dem widerspruch des kunden einverstanden sind wird dann also eine gerichtsverhandlung stattfinden und jetzt müsst ihr wieder aufpassen denn örtlich zuständig ist dann das gericht am sogenannten erfüllungsort jetzt müsst ihr also wissen was man unter dem erfüllungsort versteht das erkläre ich euch gleich in diesem video aber nochmal wieder etwas genauer könnt euch aber schon mal merken dass das in der regel der wohn- bzw geschäftssitz des käufers ist und dann achtet mal darauf warum das besonders wichtig ist denn die verhandlung findet eben nicht bei uns also an unserem wohn- und geschäftssitz statt sondern in der regel beim käufer weil das aber etwas komplizierter ist und weil viele sich hier vertun erkläre ich euch das jetzt mal schritt für schritt genauer ihr habt ja in diesem video gesehen dass der verkäufer derjenige ist der das geld vom kunden haben möchte er stellt dann also den antrag auf erlass eines mahnbescheides und zuständig ist dann das amtsgericht an seinem wohn- und geschäftssitz das ist ja dann wie gesagt das im bundesland zuständige zentrale amtsgericht und dieses amtsgericht erstellt dann den mahnbescheid und lässt ihm den kunden an seinem wohn- und geschäftssitz zukommen und wenn es jetzt zu einer gerichtsverhandlung kommt weil zum beispiel der kunde gegen den mahnbescheid widerspruch erhebt dann muss zunächst einmal das örtlich zuständige gericht festgestellt werden und das liegt immer am erfüllungsort merkt euch also der erfüllungsort zieht den gerichtsstand also den ort der verhandlung nach sich und jetzt müsst ihr euch wie gesagt ein bisschen mit dem erfüllungsort auskennen und hier vor allem mit dem erfüllungsort für die geld schuld da gibt es nämlich verschiedene möglichkeiten grundsätzlich ist es so dass die gesetzliche regelung vorsieht dass geld schulden schick schulden sind und das bedeutet dann dass der erfüllungsort für die zahlung beim wohn- und geschäftssitzes käufers liegt wie gesagt das ist dann die gesetzliche regelung von dieser gesetzlich vorgesehenen regelung kann man aber im kaufvertrag abweichen wenn käufer und verkäufer unternehmen sind oder anders ausgedrückt die gesetzliche regelung gilt grundsätzlich immer dann wenn einer der beiden vertragspartner eine privatperson ist alles ein bisschen kompliziert deswegen sage ich es noch mal in der regel finden wir das örtlich zuständige gericht immer am erfüllungsort beim käufer das bedeutet dann also die gerichtsverhandlungen zur strittigen forderung findet am wohn- und geschäftssitz des käufers also des geld schuldners statt jetzt wird es aber noch ein bisschen komplizierter denn jetzt müssen wir ja festlegen welches gericht zuständig ist man nennt das dann auch sachliche zuständigkeit und hier spielt dann der sogenannte streitwert eine rolle das ist dann die höhe der forderung die bis zur eröffnung des verfahrens gegenüber dem käufer angefallen ist bei einem streitwert bis 5000 euro ist grundsätzlich immer das amtsgericht zuständig und bei einem streitwert über 5000 euro grundsätzlich das landgericht und wie gesagt das ist dann immer das amtsgericht bzw landgericht am ort des käufers und jetzt werdet ihr euch an dieser stelle natürlich fragen was denn der unterschied zwischen dem amtsgericht und dem landgericht und tatsächlich ist es so dass die anforderungen an die gerichtsverhandlungen beim landgericht einfach höher als beim amtsgericht sind so besteht zum beispiel beim landgericht im vergleich zum amtsgericht ein anwaltzwang und jetzt seht ihr dass durch die sachliche zuständigkeit die kosten der gerichtsverhandlung natürlich weiter ansteigen weil der verkäufer als geldgläubiger dann zum beispiel noch einen anwalt einschalten muss der ihn dann beim landgericht vertritt und ihr seht sicher die kosten gegenüber dem käufer der nicht bezahlt werden immer größer ihr habt jetzt also bis hierhin gesehen dass ihr darauf achten müsst welches gericht örtlich und welche gerichte sachlich zuständig sind und gleichzeitig müsst ihr euch dann merken dass dies immer abhängig vom streitwert ist die gerichtsverhandlung findet dann übrigens in der regel durch eine mündliche verhandlung statt das heißt die beiden streitigen vertragsparteien werden eingeladen und vor gericht gehört letztendlich fällt das gericht dann ein urteil auf der grundlage der vorgebrachten informationen das heißt also das gericht muss entscheiden ob jetzt der antragsteller also wir als geldgläubiger oder der geldschuldner recht hat und im endergebnis ist das verfahren dann durch die gerichtsverhandlung abgeschlossen dann bleibt uns ja jetzt nur noch übrig dass wir uns mal die dritte reaktionsalternative auf den vollstreckungsbescheid anschauen und ihr könnt es euch sicher denken in diesem fall reagiert der schuldner wieder innerhalb von zwei wochen nicht also auch nicht auf den vollstreckungsbescheid ist die zweiwöchige widerspruchsfrist nämlich abgelaufen können wir als geldgläubiger jetzt den antrag auf zwangsvollstreckung beim amtsgericht stellen das führt dann dazu dass das amtsgericht ein gerichtsvollzieher bestellt und mit der durchsetzung unserer forderung beauftragt der vom amtsgericht beauftragte gerichtsvollzieher versucht dann durch eine pfändung von vermögensgegenständen des schuldners dessen zahlungsverpflichtungen zu begleichen das bedeutet dann in der praxis dass der gerichtsvollzieher versucht gegenstände beim schuldner zu finden die man zu geld machen kann und dies findet dann in der praxis in der regel durch versteigerung dieser wertgegenstände statt nun könnt ihr euch aber sicher auch vorstellen dass eine solche pfändung möglicherweise nicht erfolgreich ist und das liegt dann in der praxis natürlich daran dass der schuldner nicht über genügend verwertbare vermögensgegenstände verfügt der geld schuldner muss dann gegenüber dem zuständigen gericht eine sogenannte eides stattliche versicherung abgeben und das gericht stellt damit dann die allgemeine zahlungsunfähigkeit des geldgläubigers fest für euch ist jetzt also wichtig dass ihr erkennt dass das gesamte verfahren für uns als geldgläubiger also gar nichts gebracht hat wir bleiben also weiterhin auf unserer forderung sitzen für den geld schuldner hat die abgabe der eides stattlichen versicherung jedoch folgen so kann man zum beispiel lohn fändungen oder kontopfändungen durchsetzen das bedeutet dann im grunde genommen nichts anderes als dass man dann als geldgläubiger langfristig versucht doch an sein geld beim geld schuldner heranzukommen ihr habt jetzt also gesehen dass wenn dem geld schuldner ein mahnbescheid zugestellt wird dieser auf den mahnbescheid nicht reagiert wir dann wiederum ein vollstreckungsbescheid beantragt haben und dann dieser vollstreckungsbescheid dem geld schuldner zugestellt wird und dann gibt es ja folgende drei alternative möglichkeiten der kunde zahlt dann ist das verfahren beendet der kunde legt widerspruch ein dann findet die gerichtsverhandlung statt oder der geld schuldner reagiert auch nicht auf den vollstreckungsbescheid und dann führt also ein gerichtsvollzieher die vollstreckung durch und dann erkennt ihr ja dass dies das ende des gerichtlichen mahnverfahrens ist wenn ihr die einzelnen schritte dieses gerichtlichen mahnverfahrens zu hause noch mal üben wollt dann wisst ihr das ja erhaltet ihr bei mir natürlich übungs und arbeitsmaterial das könnt ihr unter der bekannten adresse bei mir anfordern dann bedanke ich mich dass ihr auch bei diesem etwas längeren video durchgehalten habt ich hoffe wir sehen uns im nächsten video teil wieder macht's gut bis dann tschüss